15 grad ist noch nicht schlecht na ja was da mit dem es fällt mal befreien richtig grün du machst das war hier diesen ja ich sag mal herzlich willkommen wieder zu frohes game house und zusammen mit dem old feiern 68 zu lang ist ja hallo da geht wieder gut dann würde ich mal sagen ich manchmal gelb ich hoffe es liegt der geneigen diese farbe nach ihm gefällt scheinbar auch können wir bei gelb bleiben dann ja ich habe noch ein wenn er würde ich tauschen gerade deswegen ist es noch ein aussätze das ist jetzt erst mal aus 12 mattia ist jetzt auch noch blau hat er schon mal ne gelb hat er schon mal ne kann ja noch grün und rot sein na ja zielt noch eine weile ja komm ziel ab reicht dann da haben wir aus der welt die richtung das ist der hat zwei tieren von welcher und da ich auch gerne mal zwei tieren mit 100 pro der verzögert mir so lange bestimmt beim stricken eingeschlafen komm auf geht oder geht raus oder geht raus ja das war's ich nehme sie gern her damit das war's ich hoffe euch geht's gut ja soweit doch mein sascha ist wieder da also von da kann es mir nur gut gehen hey alles gut ja hi phoenix wie geht's dir denn so gut hallo hallo moment moment sind die karten gut von dir oder schlecht vielleicht gefallen dir vielleicht besser bin mal so freundlich ja 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 aber die kreda auch noch versämmelt ja dann Du ziehst doch mal der, oder? Jo! Dann würde ich doch mal... Zieh noch ein bisschen, komm! Nein! Nein! Oh, geht doch! Oh! Aber das ist so, das ist so Dinge gleich raus. Weil die täte ich mir erst mal aufheben. So irgendwie, ne? Das ist... Na, jeder spielt das Spiel ein bisschen anders. Das freut mich, dass es euch gut geht. Mir geht's heute nicht so gut, die... Ja, warte... Moment! Moment! Ah, okay! Dann hoffe ich, dass es bald... Äh... Ich hoffe, dass es bald da wieder besser geht. Moment! 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 Ich habe da so gedacht, hä? Na ja! Ich bleibe, wenn muss ich gerade ziehen. So einer Mist hän. Ah Okay Auch es tut mir leid Peter Irgendwie glaube ich dir das nicht Doch die habe ich eben gezogen Die hat sie dann Die hat sie dann geläht Ich würde sie lieber den anderen da geben Ich verzei dir Das war der Klick Ja danke Ach hört doch mal auf Mit sowas Ist der weiß Wir machen es so Und fertig Zack Oh der hat ja Oh der hat ja noch Schrott Hopp ziehen ein bisschen Ja wirklich noch Schrott Oh der hat ja Kann ich dieses Moosgrün Eieieieiei Hör doch auf Jetzt fängt der mit blau an Oh Sag mal Sag mal Sag mal Phönix liegt Ist in einer Party drin Denn schon kommt die Plus 4er Karten Ich weiß gar nicht woher das kommt Gerade eben war nix Du hast das Du hast das jetzt gerade an Sascha abgegeben Kann das sein Herrlich Also Und jetzt wie zwar ziehe ich glaube Spinnst Was war das jetzt Was war das jetzt Ja Muss halt nur 2 ziehen Hat er umsonst raus geholt Naja gut Achso Boah der hat doppelt glät Hä Wie bescheid ist das denn Du bist unschuldig Ach komm Du hast dann Sascha den Pass gegeben Für die Plus 4er Karten Erzählen wir doch nix Sonst lassen wir mal so rumlaufen Sonst lassen wir mal so rumlaufen Also irgendwie habe ich das Gefühl ich wäre keine Karten los Kann das sein Spielt ihr nur alleine oder so Ah guck er an Moment Kann ich auch Ich hab nix gemacht Ich hab gar nix gemacht Ah Nix Ups Ach die 4er raus Ja Die ballern die alle raus wie Geschenkekarten Ich muss mal ein bisschen weniger werden hier Zack Weg damit Ne Am Ende bekomme ich dann nicht wieder Nicht wieder Achso Ja das kann natürlich sein Hüt Ja ja Gib her den Lappen Ich nehm das alles mit Jawoll Ja Highlandsbleche nochmal ich finde aber der sollte auch mal aussetzen ich wollte nur los werden passt es so nicht ins bild das ist ja wieder alles ach so ja habt das wollte na toll gibt man ja weg dem in case da oder noch besser ja Nee. Ach so, ach scheiße. Ja. Das wird's gut an. Na? Aha. Dude. Ha! Perfekt! Glückwunsch! Ja, danke. Hast du nur ein Level-9? Ich dachte, du warst mal weiter gewesen. Nee, irgendwie komme ich nicht höher. Ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, ich wäre so bei Porn 30 gewesen mit mir. Nee, so irgendwie nicht. Aber du musstest dich nochmal neu anmelden. Du musst dich nochmal neu anmelden. Kann das sein? Weil du auf die Kose gewechselt bist dann? Ja, genau. Stimmt. Das kann sein, ja. Weil du hast nämlich auch bei Porn 30 gewesen. Das weiß ich noch. Na? Ja. Das wollen wir nicht. Zu-zieh. Hör doch auf. Ups, die habe ich gar nicht. Na dann bin ich ja gespannt. Viel Spaß. Ne, das macht er, das macht aber nichts. Die wollte ich eigentlich, aber dann pfeffere ich die raus. Gleich am Anfang, bis du den Fahlen sitzt. Und, äh, nimm das. Und, äh, nimm das. Und, äh, nimm das. Mir geht eben nicht. Verdammt. Hör doch auf, ich will rot, habe ich gesagt. Und, gelb war nicht die Rede. Rot hatten wir ja. Rot wie die lieb. Mein Farb. Ich bin doch gefärbt. Komm, war länger. Habt ihr die alle gebunkert oder was? Gibt's doch nicht. Ach, schade. Ja, toll. Jetzt schweifst du raus. Ei, 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 ei. So, mein Freund. Jetzt hier. Grün. Hast du dein Grün? Da habe ich schon Glück gehabt, dass jetzt auch Richtungswechsel war. Definitiv. So, blau. Für die Aktion von vorne kannst du gleich mal aussetzen nochmal. So, mein Freund, jetzt kriegst du nochmal auf jeden Fall alles wieder von vorne. Oh, ich spiel da ganz vorsichtig, die zwei. Hast du gesehen? So wirklich vorsichtig, dass ihr sie reingelegt habt. Wollen wir aber auch die Farbwechsel. Rot oder irgendwas? Können wir machen. Rot können wir machen. Böse. oh ja kann ich mit leben ich jetzt könnte man aber die frau wechselt gelb ja cool gut dann mache ich ja geld bleibt mir ja wer geld sagt das vielen dank ich kann ja das lassen wir da oben aussetzen sind sind jetzt wäre ich mal für grün und sonst hast du alle steine auf der schleuders anschein na Fünf ist eine schöne Zahl. Es grünt zu grünt. Wo hat er denn den Klopfer jetzt wieder her? Kommt eine schöne 7-Bau jetzt. Eine grüne 7. Ich will nix anderes haben. Ah, fast. Jo, jo. Naja, zumindest eine 7 schon mal dabei. Nee, gelb brauchen wir unbedingt gelb. Ei, 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 ei. So ein Eselspegel. So schön gesammelt. Da hast du die Glase gemacht. Der hat ja gar kein UNO gesagt. Brauche er ja nicht, Freunde. Wenn der andere eine Karte noch hat. Ach so, ich dachte, wenn du die A kriegst, muss der A auch UNO schreien, oder was? Nee, nee, m-m. Der andere hat ja auch schon UNO gesagt gehabt. Na, das ist ja Mist. So war der Plan natürlich nicht. Nee, definitiv nicht. Warte. 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 Ach, verdammt. Ich bin etwas eingerostet in UNO. Ich merke es. Spielen wir mal. Rot. Hat man schon lange nicht mehr. Warte. 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 Nein, will ich nicht. Ich will grün. Na, grün hat doch kein Mensch, hat er gerade. Ach so, ein... Gut. Zwergelb. 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 Voll keywords. D Schrauber. Neeeeeeee autopsyろ. Zwergelb. freund was muss er jetzt hier weil ich habe keinen grün mehr äh blau auf hopp gescheitkart eine blaue 7 gibt sie fast was hat er grün oben ort sag mal wo haben die die bluskarten der alle hat auch noch eine plus der ist glaube ich auch noch aber so die suz 12 ich habe mal gar kein stich nicht einen ja ich habe nichts gemacht und muss aussetzen ja 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 ich habe gute karten gegeben jetzt legst du einfach eine gute karte raus na klar sonst hätte ich ziehen müssen der soll das erste mal da ne zweimal gewonnen ist nicht gar ja das ist du 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 Upp. Und wohl? Oh, will I? Legschuld! Ah ne, du hast jetzt Light-Hard gedreht, oder? Blau vielleicht, wäre ganz cool. Meine blaue Karte. Ne, leider nicht. Jetzt muss ich ziehen. Huuu. Ich hab halt Schätze ehren. Aber wie zau. Ich hab vergessen, UNO zu sagen. Was soll ich machen? Jo, Tina bitte. Hätt schon vorher legen können, sowas. Können wir mal so auf gelb umschwenken? Ich hab doch nix. Irgendwann ist ein Wincher oder sowas wär der Keul. Ja, jetzt hab ich auch ne. Da siehst du. Blau. Was für ein Wincher. Ohhhh! die spielen zusammen da wünscht sich die farben für ihn oben nein, die werden gespielt öllö 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 es tut mir ja leid die kam ja genau richtig aber sowas von öllö 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 Wow. Okay, okay. Okay... Na? Konnten wir diesmal nicht verlängern. Du kannst oder was? Nee, leider nicht. Okay. Danke! Da hab ich's jetzt auch machen, ja, vielen Dank. Ja, bitte. Das ist jetzt so rot, was er noch in der Hand hat. Ja. Hast du eins? Nein. Schade, aber ich. Holz Rio! So, erst mal nicht, Kamerad, schmingschuh. Jetzt werde ich das Ding schon wieder. So, erst mal nicht, Kamerad, schmingschuh, 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 schmingschuh. So, erst mal nicht, Kamerad, schmingschuh, schmingschuh, schmingschuh. So, erst mal nicht, Kamerad, schmingschuh, schmingschuh, schmingschuh. So, erst mal nicht, Kamerad, schmingschuh, 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 schmingschuh. So, erst mal, schmingschuh, 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 schmingschuh. Oh, oh, oh. Okay. Wollen wir doch wieder ziehen oder gehen grün. Wollen wir doch. Oh Eieieiei Eieieie Kannst du mir die Karten abfluxen? Nee, nee Schade Okay. Komm schon, eine blaue 2. Oder ein Wincher, das ist egal. Komm! Nein, sorry, ich habe es probiert. Naja, alles gut. Wunderbar. Ha, das war unser Stich. Boah, ich bin müde. Das ist nicht gut. Das ist noch krank ausgedehnt. Ah, das kann sein, die Zeit dafür noch. Oh, Horemaus, vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Hat sie bekommen, ihr lieben Raiders. Guck, was ist denn mit ihm da? Ich weiß nicht. Kandichi Mutti, grüß dich. Oh, ich bin da dran. Was brauchen wir denn in Rot? Da durfte Größe zurück, Mero, du, heid, 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 heid. Liebe Grüße zurück, auch ganz kurz. Was haben wir denn? So, dann nehmen wir nochmal plus 4. Und welche Farbe hast du am meisten? Der Eierquetscher ist da, ja, ist richtig. Ich kann auch Truffle, also ich kann auch 4 Truffle eben. Na dann, viel Spaß. Ich kann sie auch durch die, oder? Ne? So. Ähm, scheiße, Rot haben wir ja schon liegen, gell. Na ja, komm. Grün ist ne gute Wahl. Immer gut für die Augen. Immer, immer gut für die Augen. So. Dann machen wir mal diesen da. Gut. Warte, der Truffle. Aha. Was hast du denn so schön? Das zeig mal her. Ja. Gelb. Warum dann Gelb? Kannst du rot legen. Hat aber viele Karten auf der Hand. Ja. Ich viele Karten hatte, hatte. Gerade eben. Ja, wir sind ein Bild eingerostet, den Uno. Wir müssen es wieder aufholen. Haben wir ein bisschen schleifen lassen. Ähm. Nehmen wir mal zwei. Warte mal, ich nehme hier. Hier. Ja, richtig. Muss man auf jeden Fall machen, Mädels. Ne, ne, ne. Was? Ne, ne, ne. Moment. 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 Du. Ich muss ja mal ein paar Karte abbauen. Mit? Aha. Oh, du Blätmanns Gehilfe, ey. Kannst du nicht mal die Scheiß Null instecken lassen. Ehrlich wahr, Mann. Ist ja furchtbar. So ein. Ne. Ah, natürlich. Ne. Ich glaube, ich habe mir gerade gegen Gefallen getan damit. Sieht ein bisschen mau aus bei mir. Was Farben und Zahlen betrifft. Wenn der eine jetzt Klappe spielt, könnte das Spiel gewinnen. Welcher andere? Der, der gerade die Runde geschmiert hat. Aber er hat nicht Klappe gespielt. Sind doch Peters. Ja. Gut. Dann wünsche ich mir doch mal rot, meine Farbe. Die Karten, die Old Firehand auf der Hand hat, sind ja durchsichtig. Ja, die sind durchsichtig, gell? Ich sehe sie auch. Wer schreibt mir? Das geht gar nicht so. Ich habe Zauberkarte. Das liegt an der PS5. Da sieht man das so durchsichtig. Ja, genau. Die rechnen das halt alle schneller, ne? Da könnte das PS4 spielen nicht mehr mit. Ja, das kann sein. Aha. So. So einer ist das also. Da. Spiel mal das Spiel doch mal mit. Gut. Gar nicht schlecht. Ich könnte ja gemein sein, kennt jetzt, ne? Mach doch mal. Sei doch mal gemein. Da wird mich ja noch wärmer. Jetzt sei doch mal gemein, Mensch. Nein. Habtchen ist die Jugend von Haft. Komm schon. Heute nicht und morgen nicht gleich. So. Hau drauf. Sehr gut, der Punkt war unser. Ja, mein Freund. 500. Ah, schade. 412. Haben wir wohl auch, Peters. Ha, ha, ha. So gut vorgelegt, ne? Sehr gern. Oh, jetzt geht er. Jetzt hat er seine. Guck mal, aber kurz vor der 500. Oh. Und du sie mitleid mal hier auf. Oh. Genau. Ah, die Susi wird auch gleich gehen. Na komm. Du bist ja schon am einschlafen, Susi. Das war jetzt auch wieder eine lange Runde, ne? Mhm. Braut sie nie kurze Runde, also ganz selten mal. Gut, jetzt vielleicht. Puh. Du sollst es baumeln lassen von der Kanini Mutti. Attacke. Eierquetscher. Ja, ja. Das ist ein Folies-Einspruch, nicht meine. Ich kipp nur das weiter, was bei mir im Chat stand. Tut mir ja leid. Ja, ja, ja. Alles gut. Und ich sag's dir nur weiter, ey. Was hab ich denn das erwähnt? Ich kann mich glücklich nicht mehr dran erinnern. Ja, doch. Ich weiß gar nicht, was wir gespielt haben. Da sind wir halt auch auf die Buchse gekommen, so halt irgendwie. Dann hast du irgendwas gesagt mit Eierquetscher. Okay. Ey, ich hab da noch gedrückt. Naja, egal. So ging das dann irgendwie. Was hab ich denn noch mit Boxershorts und so die... Die verschiedenen... Die Standardteile und... Unterwäschen etc. Ah, okay, okay, okay. Ja, genau, ja. Ja, ja. Okay. Dämmert mir so langsam, aber ich wüsste nicht mehr bei welchen Spiel aber es dämmern mir. Ja, wir hatten uns mal drüber unterhalten. Das ist richtig. Ich weiß nicht. Kann das nicht noch mit Phönix und äh... Mit der Maus gewesen sein? Ich weiß nicht. Mit der Maus gewesen sein. Haben wir da nicht ähm... Die Maus hat öfter solche Themen. Entweder Alkohol oder... Oder puxen. Ich... War das nicht bei... Bei... Dead Island? Das kann sein. Pux kann guter sein. Und Ringo... Ringo, der zieht uns davon. Was? Da komm, wir sind von der Wiener auf die Boxershorts gekommen. Irgendwann mal. Irgendwas, ja. Irgendwas, ja. Irgendwie war das oder was. Von heißen Wienern auf Boxershorts. Ja, wir waren dabei. Siehst du das, die waren dabei? Bei den heißen Wienern oder bei den heißen Boxershorts? Beides. Beides. Natürlich. So, wie war's mit Grasgrün? Vito, sorry. Oh, volle Gangster. Ja, aber schön mit Rosen umrandet. Top. Lovely. Das ist schön blau, sag das doch. Dann spiel ich ja glatt mit. Ähm. 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 Du wolltest doch blau, oder? Nee. Gelb. Ja, ja. Mal spielen wir das. Aber einen Platz frei haben würde ich natürlich. Wir kicken einfach jemanden hier raus und gut ist. Nee, kann jemand rein mitspielen, weil ich... Ich hab noch den Jetlag vom Krankenhaus. Nee, so geht das. Oh. Die haben sie auch. Hehehe. Na grad... Na ja. Hat acht Stück. Der geht gleich raus, wird er bestimmt. Das sammelt nur. Pflegt der überhaupt? Man hat noch gar nicht so aufgefallen. Ja, das ist ein bisschen. 17k auf der Hand. Komm, der kann noch ein bisschen was ziehen. So. Was hast du denn von der Farbe? Blue. Der blau war es schon mal. ja ja jetzt ist natürlich vorbei auch da musste wir jetzt also scheiß vom stabel ja gendia jetzt fängt er da aber Oh ja na wir machen schon gerichte tic 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 Na 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 nix ja 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 die kameras letzten fünf starben wer mich stellen die karten es liegt ja ganz und blaue so sammeln ob es machen wir gleich weiter die runde sagt kriegst du noch mal zwei drauf nix den scheiß kannst du behalten ja du kriegst die zwei langt er nun hat neune dein ernst die farb die kein mensch hat das ist gut kann ja mal aussetzen luft schnappen das hier machen kann ich noch mal einer aussetzen wunderbar so ich gehe da weil ich gehe da weil kuchen backen dann mache ich mal diesen da naja schön lassen doch wenigstens mit spielen ne plus ziehen zur unfeuer na tingel tangelbob wie sieht es aus blau auch schön das ist eine schöne farbe und zustand je nachdem ach hör doch auf war ja klar dass er wieder in den scheiß beispiele muss hat er nun schon mal gespielt ich glaube nicht du sollst er ziehen lassen ja mutti lass mal einziehen doch doch ich finde grün schön grün ist echt toll jetzt geht es ums hanswurst so ich mache mal platz wir wollten mit spiel ich glaube die maus wollte mit spiel aber noch mal neu anfangen weil ich bin ja die maus wollte mit spielen naja dann ich bin durch für heute ich weiß das ist der jet lag vom krankenhaus ich verstehe das schon ich verstehe das schon aber man kann uns ja morgen noch mal hören man laufe das ja sonnigen schwitzigen vormittags macht dann eine gute besserung genau wie abgemacht wie abgemacht genau okay dann wünsche ich noch viel spaß danke ebenso beziehungsweise und gutsnächtle und schön groß und macht's gut gute besserung soll ich dann noch sagen dankeschön vom chat alles klar danke so dann bis morgen bis morgen ja tschüss tschüss so 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 gefunden gefunden oder auch noch nicht naja dann ich dachte hier wäre jemand drin gut ja doch müsste gleich lauter werden ich weiß was du wohl bis drinnen bist Maus fenex da trete ich doch mal bei hallo dann tritt sie doch mal bei genau hallo hallöchen macht die phoenix auch noch mit oder nicht ich glaube sie ist gerade noch ein meintritt drin aber ich habe es ja gerade gefragt vielleicht ist es ja ok das ist schön wie geht es gut und gut auch warm ja aber schön schön warm schön warm genau auch toll ja ich kann das ja nicht ganz gut ab mit der wärme echt geht gar nicht ich bin echt da merke ich echt dass ich bin wintergen bin bin eher mehr der kalte typ ja das ist mir schon bewusst nein Quatsch what also ich habe das nie angefangen mit den Hosen mit den Unterhosen und den Eierspreizer das kam ja jetzt nicht so direkt ne ne kleiner Spaß am Rande ne also so Sonne mag ich ja schon aber wenn es halt müsste aber auch ein Windchen gehen wenn es so zu drücken das ist nicht schön nein dann ist es dann schon wie alt man fühlt sich da wie alt ja diese schwüle Wärme die Mai auch nicht haben aber ansonsten habt ihr eine Abkühlung bei euch gehabt ja doch heute war ein frischer Wind unterwegs das war angenehm war sehr angenehm heute echt okay sei es dann sei es euch gegönnt ja danke wie sitzt eigentlich mit der Mutti aus spielt die aus hat die Bruno das wäre mal auch witzig bestimmt tja ansonsten müssen wir halt eben nur zu zweit erstmal vorlieben nehmen vielleicht stößt er die Phoenix dazu oder halt eben jemand anders vielleicht noch einladung hat es mir noch nicht geschickt ne ich habe noch gar nicht angefangen ne ne ist alles gut aber normales oder was wolltest du haben weil das Kaninchen Dinger habe ich nicht glaube ich jetzt bin ich aber ich bin das nächste Mal wieder bei okay alles gut Phoenix hätte sein können ja das ist ja dass ich außen vor lassen genau sie sucht Minecraft oh ich dachte ach komm nach Runde Uno hätte ich auch mal wieder Lust zu das ist lange her also ich bin echt eingerostet ich habe es gemerkt nur bei dir das letzte Mal mit euch glaube ich ja das ist schon locker vier Monate her da kann man schon mal ein bisschen einrösten beim Kartenlegen zur Einladung hatte ich jetzt raus ja alles gut gut dann ist gut genau du warst heute wo unterwegs bei The Query The Query stimmt habe ich ja gelesen ich habe nochmal kurz reingeschaut ist echt cool das Game ja ich glaube ich war auch eins auf meiner Wunschliste auf jeden Fall ja es sind schon einige Parallelen zu Until Dawn zu sehen echt okay obwohl ich ja obwohl glaube ich noch Until Dawn glaube ich nochmal in der Ecke besser ist aber trotzdem ähm ist es nicht schlecht also schon ganz cool ja und macht auch Spaß damit dass sie auch die Community dann auch mal mitmachen darf und echt ein paar Entscheidungen übernehmen kann und so ja geht das in dem Spiel wo es sich gerade hat ne also ich mache das halt äh selber ich bin halt wenn halt der Entscheidungen sind wo jetzt nicht Quicktime ist oder so dann sage ich so hey was wollt ihr ne A oder B so oder eins oder zwei und dann schreiben sie eins und zwei in den Chat okay okay und je nachdem welche Zahl mehr ist äh entscheide ich denn diese Antwort das klappt ganz gut aber ich wollte gerade fragen war das gut oder war sie auch so wo du sagst kannst ähm hättest du dich so auch entschieden weil die meisten nicht immer nicht immer ne mal so mal so ist ganz interessant ist als wenn man gemeinsam mit jemand irgendwie einen Film guckt oder so ist schon ganz cool gemacht also fast sehr schön ich hatte bis man anfangen weil jemanden gesehen gehabt dann habe ich gesagt okay ich will das selber haben irgendwann mal dann oder selber mal zocken dann drängen ja klar dann will man sich nicht natürlich nicht spoilern ne obwohl die Entscheidungen immer noch mal ähm einfach noch mal anders sind ne so okay ach ja hier war das noch blau zu blau ne so was wir da gucken hier ja Farben legen auf jeden Fall halt im Moment fang dir gleich so ein ja danke ja bitte dann habe ich wenigstens auswahl das ist auch gut ja da kannst du mehr Farben legen jetzt lege ich noch baum dazu was machen wir denn das schön ist ach so das war das ja gut dann machen wir so bitteschön stimmt ja die sieben war noch was die sieben ja die war was aber ich glaube die hast du nicht lang oh oder doch ach ja dann wechsel ich doch noch mal das ist doch schon ganz nett kai mamfa ist auch guter name ne passt auch ziehen von der figur ja halt Moment tu nicht also ich ziehe ja gern vier aber acht ziehe ich nicht oh oder was du hast zu wenig ich dachte du brauchst ich gehe gleich wieder nur so wenn du umgehst hier komm ich bin ganz lieb ich nehme sie dir ab ja dankeschön ja bitte ok ja muss ich wohl ne ja nix bitteschön von wegen nur eine karte was habe ich noch das ist auch schön wer ist mit der hier meine nein ich wollte nur nur sagen so wir sind mit grün grün ist leider nicht so meinst gerade farbe der hoffnung ne gelb wollen wir wollen schon blau war sich auch so blau ist gut finden die auch ja dankeschön machen viele bleibst draußen nein grüß dich mal sehr wie jetzt vom mann wir geschlagen mann wir haben wie sich wir sind eingehustet ja wir sollen uns mal ein bisschen warm spielen hier es war in ihren spocken gefällt mir gar nicht du denn nicht wirklich so jamaika typ nicht mal lassen nicht so nett irgendwie sehr gemein die spiel nur miteinander weil ich wollte sprechen sie ab wir eine party zusammen ja hier da hast du meine karte ein moment das gibt mir schon wieder viel zu schnell hallo lagen gesagt ja war klar ich darf auch mal wieder aus den ich angesammelt habe ja ich weiß was bestimmt was von der farbe darf mit sicherheit woher weißt du das weiß nicht war so ein gefühl so meinst du dir da was davon ja das sieht doch gleich viel besser aus naja nicht wirklich ich probiere es lieber so eine besser toll ja wunderbar immerhin bisher kann man nicht gegen anstehen na ein bisschen aha aha man wie hatte ich gerade mich doch lieb das war dann herzlich willkommen doch gleich mal aussetzen ja da kommt man wie man sie geht weg co da so 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 ist das also einfach mir meine karten wegnehmen ist nicht da bitteschön eigentlich obel fies ja einmal schön durchmischen bitteschön so damit jeder was gesehen hat davon so spießt das spiel kann ich auch mit ja spiel ich das nicht richtig doch doch das spiel ist ja schon richtig ja auch jetzt jetzt nicht rot wie die liebe ich wünsche mir rot was kriege ich grün es ist es ist unfassbar das lag ja genug rot lang genug so rot immer noch okay blau ist ein zustand ist keine farbe okay dann zustand ich wünsche mir zustand aber zumindest muss er ziehen das ist ja schon mal was gelb hat kein mensch bis gelb man kommt sie wieder droht ja natürlich noch eine so bitteschön nix blau hat sich noch ein bisschen kommt noch ein bisschen sehr gut hätte ich genauso gemacht so gut aber spielst du karten oder siehst du noch so probier es nochmal geht doch ja wunderbar so langsamer aus dass man karten doch abwerfen muss das fand ich jetzt nicht so nett aber egal wieso du hast du noch rot oder nicht ne aber vielleicht hast du noch ja und du ist momentan ein engpass aber ich wünsche mir mal blau blau ist so eine schöne farbe ist der schöner zustand ne das ist ja also vorka sagen kann man sich einfach länger aber diesmal nicht Da bleiben wir mal bei gelb. Okay. Was machen wir denn da? Rot. Bestimmt, ne? Würde ich gern. Geht nicht. Hast du keins mehr? Was war ich dir denn nicht? Warum nicht? Guck mal, ich ziehe sogar für dich zwei. Für mich? Ja. Aber ich kriege die Karten, oder was? Genau. Also. Jetzt noch in der Runde, in der nächsten. Also. Ach, bleiben wir mal bei Rot. Willst du Rot? Okay. Okay. Ach, du bist doch hässlich, Kodak. Na toll. Yay. Ich kann leider nicht raufschmeißen. Kannst du nicht? Nein. Ja, super. Ja, dankeschön. Rot. Warum jetzt blau? Einfach so. Also mit Rot habe ich so ein Pech, weißt du? Also, jetzt probierst du mal einen anderen Farb. Okay. Na dann, ja, siehst du, kriegst du meine Karten in der nächsten Runde, habe ich da gesagt. Aber auch wenn sie dir gefallen, kriegst du dann eine andere. Ach, das ist doch schön. Ja, bitte. Ist auch so ein Farbensammler gewesen hier. Mhm. Sag ich. Du willst doch Rot. Ja, ich habe kein Rot jetzt mehr. Ach so. Ah, okay. Blau? Nee. Auch nicht. Nee. Gut, dann nehmen wir Rot. Da will jemand Blau. Der möchte jemand Blau. Ich stehe gerne mal rum. Deswegen wahrscheinlich. Hör doch auf. Ach, ja. Kampfer. Dankeschön. Bitte. Hast du jetzt wieder Rot? Nee. Auch nicht. Was mache ich denn da? Ach, komm hier. Gelb ist schön. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Der ist noch am ziehen. Hör keine Farbenwahl, oder? Eieieiei. Eieieiei. Komm. Eieieiei. So. Hat man sogar Blau hat man gesagt. Gut, dass ich nicht... ...liegen muss. Moment. 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 Mensch, zieh jetzt deine Karten. Oh no. Moment. Moment. Mensch, zieh jetzt deine Karten. Oh no. Ist auch schön. Auch schön. Dann wechseln wir lieber mal die Farbe. Weil? Damit ich an meine Karten komme. So, zum Beispiel. Ah. Perfekt. Drei. Werde ne Drei. Hm. Auch gut. Ah, ja. Na? 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 Mäuschen? Da hast du kein Grün. Ach so. Ach, schade. Wir haben ganz einen Wisch wieder. Danke. Na, wunderbar. Mhm. Mhm. Hm. Hm. Oh, da einigen jetzt ja. Okay. Und. Weiter geht die Runde. Mhm. Ja, super. War nicht so gut. Hm. Hm. Ach, nehmen wir mal wieder Rot. Oh Gott. Muss das sein. Na, hat er so lange nicht mehr. Doch, die Vierhoch war unten drunter. Ich sehe es ganz genau. Moment. Bäunchen. So nicht. Hm. 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 Aha. 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 So, so. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Hätte ich ganz genauso gemacht. Früher. 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 Moment. Warum lässt du sie jetzt hier aussetzen? Ich kann gar nichts dafür. Lass mal ihn hier aussetzen. Ja, der Käse aber zapft. So. Wie geht der einfach dazwischen? Möchte er sich wieder mit ein? Ja, das ist unglaublich. Da sollte jemand Kappen ziehen. So zum Beispiel. Nö, sehe ich nicht. Na, ich erst rechne. Tja. Hättest du mal gezogen, Kodabeer? Ja. Hättest du mal gezogen, Kodabeer? Ja. Aha. Achso. Mhm. Aha. Achso. Wisse, mit dir macht jetzt gerne das Spiel mit. Kannst du schon mal abessen. Aha. Gut. Auch schön. Auch schön. Jawohl. Jawohl. Ja. Immer her damit. Ja. Nicht so schwimmen. Auch nochmal gelb. Das hat bestimmt jeder. Wisse. Geht du? Geht doch. Oh. 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 Gelb, ey. Ja, das ist Karten. Na toll. Gut. Machen wir's so. Ach, nö. Sind so viele Karten, ne? Mhm. Na, mal durchsteigen. Ja, hab's begriffen. drauf aussetzen. Vielen Dank. Gut, dann zieh ich nochmal ein bisschen. Schön. Dann zieh ich dann auch mal ein bisschen. Es waren ja nur vier. Hm. Mhm. Aber die hast bestimmt brauchen können. Mhm. Wenn ich nicht, aber ist okay. Nee. Hm. Die zwei brauche ich aber jetzt unbedingt. Danke. Aber ich gebe ihnen die einfach wieder. Nein. Ey. Warum soll die ich dafür aussetzen? Die haben ja gar nichts gemacht. Genau. Wenn, dann der, bitte, ne? Genau. Cool. Da guck mal in die richtige Richtung. Ja, das ist ja jetzt Dreh da auch. Mhm. Hm. Ich glaub, das hat auch ne Tasche. Außer Kodak, mach's noch was. Puh. Das ist aber eine schöne Farbe geschenkt. Ah. So ein Sheet. So ein Sheet. Wird ja klappen können. Bei Level 1 Coda. Das war ja mal ja klar. Gerade frisch angefangen. Ist auch schon weg. Ich bin dran. Ich bin dran. Was legst du denn? Was legst du denn? Ei. Ein Ei. Ein Ei? Bist du bescheuert oder was? Schnee. Nimm doch mal ne Nase. Komm, wir machen Rot. Für diese Frechheit. Können wir dich wieder setzen? Wieso? Standest du gerade? Ja. Ne, man kickt so ein Klebarsch hier mit der Wärme. Naja, ich versteh schon, ohne Klamotten. Alles klar. Jo, komm, noch ein Stück. Noch ein bisschen. Ja. Wahnsinn. Ne, da geb ich dir recht. Aber diese Stühle sind alle allgemein für die Hitze gemacht, ne? Ne, ne. Komischerweise. So nennt sich dann Gaming Stuhl. Also, tut mir ja eigentlich leid. Alle mit Leder. Und die wissen, dass alle Geräte auch heiß werden können, etc. Da. Ah, was machst du denn da? Warum haust du jetzt schon Uno raus? Einfach so, weil es geht. Weil es geht. Klappt das im Sitzen besser? Ja. Ich dachte, um ein bisschen nervös zu machen und so. Guck, diese Frau hat ja die Vieren raus hier und so. Klappt doch. Und jetzt, äh, leider muss ich ziehen. Mh, kurz davor. Knapp daneben. Ich mag dieses Design von diesen Gaming Stühlen, mag ich ja auch voll gern. Aber ich muss sagen, sind auch nicht die bequemsten. Ne, das stimmt. Da geb ich dir recht. Ein guter Bürostuhl tut es eigentlich auch. Ja. Und da gibt es mittlerweile echt gute. Also, im Gegensatz zu den früheren. Sag mal, die Genomten. Was ist denn hier los? Bin nicht schon wieder dran. Hier, komm. Gönn dir. Warum ich? Da wir ein bisschen mehr Zeit haben. So. Wir hatten uns jetzt gerade über Stühle. Genomte. Äh, okay. Ja, mit Stoff wäre dann besser. Ja. Bestimmt. Ach, dieses Kunstleder. Mit Pelz. Also, Kunstpelz. Für die Füße unten. Zum reinstecken. Dann können sie Füße werben. Das wäre doch geil. Auja. Mit dem Heiz... Was denn dann anschalten kannst noch zum Heizen oder sowas. Das wäre doch super im Winter. Mh, 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 mh. Mh, mh. 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 Amh. Mh. 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 Das sind nicht unsere Runden hier. Ne, definitiv nicht. Nee, absolut nicht. habe angst gekriegt war ja killing heißt der andere ist bin bett also hatte jetzt ein bisschen rufen sausen dachte ich lasse mal gewinnen riefst du gleich in die vollen rein ja ich dachte gleich mal eine ansage machen weil das stand der dinge ist ja mit wem tauscht du denn ich muss tauschen was ist das bin doch böse jetzt das heißt ich bin schlecht x da ist ein scheiß wieder ganz ehrlich mit deinem ist kann ja nichts an man aber die maus vielleicht kommen als dreides blatt fast ein voll haus gut da muss ich mal gucken dann will ich mir doch gut blau okay ja ich auch gut ich kann mit blau weiter die muss kein problem ja ich habe nicht das wird auch eine farbe festgelegt war hat er die farbe farbe gesammelt na ich nicht müsste bandet hier das ist schon wieder ach die kommen irgendwie nie aus dem quark jetzt haben wir jetzt weil die deutscher ja jetzt geht's los jetzt geht's los genau wie wäre es noch mit gelb okay verdammt Maritin, he? Okay, Gelb. Ah, schade. Gut, dann machen wir grün. Nee, das ist nicht mit grün. Nicht? Nee, das ist irgendwie... Klappt nicht heute so mit dem grünen. Sechs hätte ich im Angebot. Ach. Das gibt's ja wohl nicht. Hast du gut gemacht. Mit dem ganzen Gemischte kannst du dir auch nicht mehr merken, wer das warst. Ah, der hat hier. Das ist furchtbar. So schlimm. Ja, das kann ich nicht. Ey, was, was, was? Ich bin dran. Nein, ja, ja, doch. Nee, jetzt doch, ja, doch. Doch, 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 doch. Doch, du warst dran. Ja, ja, ja. Ich sag, ja. Ich bin eingroß. So. Gut. Ja, okay, das machen wir. Und ich, die da auch noch, dann ist sie weg. Doppelt hält besser. Ja. Mach ich den auch noch. Ah, und? Noch jemand? Gut, dann machen wir aber blau. Haben wir wieder noch. Ich auch. Was hast du denn da Schönes? Na ja. Oh. Hm. Aha. Das sehen ja alle auf dieselben Farben aus. Oh, hast du noch mehr blau? Ein Stapel bestimmt. Da. Haben wir doch. Grün. Kein Mensch hat grün. Wählen zwar viele, aber. Gibt bloß keiner zu. Aha. Noch mal Geld. Ja, war die richtige Wahl. Ach ja. Schön, dankeschön. Gut. Doch, du konntest schon mal länger. Hat schon Angst. Schweißperlen gehabt. Hehehehe. Ahem. Mhm. Ich wollte mal dran erinnern, wir haben noch keinen Stich gesehen, ne? Weder du noch ich. Mhm. Wir sind immer noch in der Nullrunde. Tja. Tja. Das hilft aber grün auch nicht weiter. Hehehehe. So, welche Richtung haben wir jetzt also rum? Ich denke, grün ist die Hoffnung. Hehehehe. Aber irgendwie hilft mir das auch nicht. Nee. Nee, nicht wirklich. Na doch, siehste. Hilft dir doch. Hehehehe. Tja. Bitch. Bitte nicht so viel. Danke. Hm? 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 Lass den mal ziehen. Mhm. 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 Ja, toll. Mach ich. Mhm. 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 Ja, super. Ja, danke. Äh, blau war da gesagt, ne? Ich wiederhole es nochmal. Grün. Äh, blau und grün, hä? Er hat kein Grün, deswegen. Muss er schon eine Farbe wählen, die er nicht hat. Aha. Kann er nicht so egoistisch sein? Und nur die Farben, die ich mir wünsche, wünschen. Muss er ein bisschen... Wieso nicht? Schon ein bisschen vorausschauend machen. So. Was will ich mir aus, weil du brauchst nicht ziehen. Wirst du? Er lässt sich gern ziehen. Habe ich so das Gefühl. Ah ja. Ich mache noch nicht fertig, keine Angst. Ich darf gleich ziehen. Nein! Was hast du getan? Verdammt. Mit Axt. Puh. Glück gehabt. Hahaha. Aber sowas von... Der Anteil jetzt wirst du drauflegen müssen. Okay. Mäuschen. Ja? So doch nicht. Kannst du mir jetzt schon gehen. Geht's, ne? Ja. Ja. Nun. Nun. Ja. Jetzt. Lass mich nochmal zwei, drei ziehen. Ja gut. Machen wir's. Zwei, drei hab ich gesagt. Ne, vier plus. Manu. Wir müssen doch nicht alles gleich so wörtlich. Das war echt zufalt. Wie? So, bitte ne sieben. Und was rotes bitte. Oder gelb. Mir egal. Wenn's geht. Kommt sie wieder mit blau. Hörst du mir auch zu, Mädchen? Oh Mann. Kann ich bloß hoffen, dass ich ne plus vier kriege. Jawoll. So muss das sein. Der wird kotzen. Aha. Jetzt bleiben wir bitte bei grün. Wenn's geht. Ja, muss ich wohl. Wunderbar. Vielen Dank. Gut. Hat mir gar keine Angst wieder genommen. Ja, für das hätte den Demleger was gleich mal bestraft. Da wird's da aussetzen. Sehr gut. Ich auch, natürlich. Ja. Weil ich so frech war und die eine Karte genommen hab. Nur die eine. Ist klar. Aha. Da ist jemand sehr freundlich zu mir. Vielen Dank. Oh, endlich. Oh, endlich. Das Eis ist gebrochen. Meine Herren. Ah, Mampfi ist zurück. Gut. Genau. Eigentlich ein ordentlicher Spieler. Ebenwürdiger Spieler. Ja, geh. Tschüss. Wieso bist du eigentlich schon wieder dran? Ich weiß es nicht. Ein Bug. Ein Bug? Ja. Hey, Bug. Gelb. Danke. Oh, na, wow. Hat's unten vom Stapel gezogen, oder wat? Ach, Kaila. Kaila Luna wechselt, hä? Sei, man kenne die KI ist auch wechseln. Triapia? Weiß ich auch nicht. Hm. Der sieht gefährlich aus. Ich habe erst Tripper gelesen. Habe ich auch was. Ich brauche ihn dafür. Tripper P. Rim Gnu 60? Okay. Rim Kadu. Kadu? Ah, Kadu. Ah, ja, noch ein bisschen. Komm, noch, ich frage noch. 20, krieg mal hin. Wunderbar. Einmal aussetzen, bitte. Also, gelb und grünen Kinder vergessen habe ich. Definitiv. Braucht er nicht mehr ziehen. Ach so. Gut. Ziehen wir mal weiter eine. Rot. Gut, dann würde ich mal sagen, Kaila, deine Baustelle. Deine Baustelle. Ja. Sehe ich auch so. Ich tausch mal. Na, zieh ruhig weiter. Läuft er bei dir. Du bist jetzt über 20. Ach, du Scheiße. Ja. Ich bin mir nicht so schnell abbaut, ne? Nehmen wir so über... Ja, ich brauche einen Überblick über meine zwei Karten. Devin, ja, ich hab's da verstanden. Ja, er auch. Ja, er auch, wunderbar. Na, da freut sich aber jemand, der reinkommt. Ja, der jetzt. Der da ist auch, was ist das denn? Ja, Tripper. Kann man nicht. Habt mir schon gedacht, dass du das nicht kannst. Ich nehm mich auch nicht, aber... Könntest du erst mal so machen. Mhm. Gehst du schon wieder auf nur auf eine Farbe? Ja. Ist doch viel besser. Lass es gleich alles im Blick. Du musst dir klar überlegen. Ach so. Kannst du gleich überlegen, wann es geht. Ich verstehe. Ist das deine Taktik? Ja. Okay. Hör doch auch mit Gelb, Mensch. Hast du da gesehen? Grün und Blau wird dir gelegt. Nichts anderes. Meine Herren, nochmal. Was ist das denn da? Ist eine Farbe, die will ich dich nicht haben. Dann schmeiß sie raus. Was musst du machen? Du hast sie auch gesappelt. Toll. Jetzt hast du verwirrt. Ja. Wollt es aber wieder haben. Ich baue die ab. Ich habe den Mist verzapft. Ne, du. Deswegen hast du jetzt seinen 20 Karten. Sehr gut. Ach ja. Fang jetzt hier an, einen zu ziehen da oben. Sehr gut. Der kann eh verlängern. Oder nicht. Behälszeit bis zum Schluss. Dann würde ich mal sagen. Rot. Das habe ich. Das weiß ich. Denk habe ich es auch gelegt. Kommt der wieder mit grün, Mensch. Das habe ich aber auch. Das habe ich auch gelegt. Das habe ich auch gelegt. Das habe ich auch gelegt. Aha. So spielen wir das das Spiel. Das war der Plan, aber nicht. Rache ist süß. Das habe ich auch gelegt. So, damit wir mal grün. Magst du ja so. Hast du ja wohl schon gelegt. Ja, 26 Karten, immerhin. Da muss man schon überlegen. Ja. Ja, bei vier Karten ist schon, was legt man als nächstes. Aha. Mensch, du, die konnte ich gerade gebrauchen, die Garten. Super gut. Endlich mal ein bisschen Farbe hier. Ich bin wieder bei grün. Ja, gut, dann nehmen wir halt blau. Nö, ich bin für rot. Ich mag doch gar kein rot. Noch nie gemocht in diesem Spiel. Aha. Ja, manchmal nützt es halt nichts. Da muss man da ran. Ja, ist überall so. An jeder Baustelle. Manchmal nützt es nicht, man muss einmal ran. Da hast du vollkommen recht. Ahem. Na, Tripla? Jetzt haben wir dich nervös gemacht. Ich verstehe schon. Das ist aber nicht schön. Du weißt was? Bist mehr gelb. Das ist zu haben. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Gut, auch schön. Hast du schon wieder grün? Shit. Was soll denn das? Gut, dann wünsche ich mir rot. Ich dachte, du hättest rot gehabt. Nee. Ah, verdammt. Wir müssen uns mehr absprechen. Ja, klar. Dann würde ich mir einen Klotz vor die Beine schmeißen. Nee, gar nicht. Ich dachte, du hättest rot. Ich wollte ja eigentlich... Ja, ist klar. Ich doch nicht. Jetzt doch nicht. Hallo. Nein. Ah! Jetzt habe ich den Klotz vorbeigeschrieben. Ja. 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 Aber gerade eben hatte ich echt gedacht, du hättest rot. Noch. Nee, hatte leider einen blau. Blau gehabt. Oh, ich hatte auch blau auf der Harte. Moment. Wenn, dann schon die richtige Richtung. Ja. So rum geht's. Ladies first. Oh, weg mit dem Blau. Ja. Ja, ich bin die unschuldigen Person. Du hast recht, Phoenix. Bin ich. Diesmal, diesmal schon. Ich hatte echt gedacht, die Maus hat die Farbe gehabt. Naja. Was heißt, was wünschte dir denn? Rot. Gut. Nee, mach nicht gut. Oh, doch, doch. Ja. Oh. Guck mal, ich ziehe auch zwei Karten für dich. Für mich, sagt er, weißt du? Naja, hab ich doch. Ja. Lässt mich denn aussetzen? Ich lasse mich einfach dabei aussetzen. Denken noch mal nach. Endet immer meine Taktik nach. Ja, ja, ja. Ach, schade. Jetzt hat er das gute Blatt. Naja. Und Pech haben wir auch. Das holen Pech aber auch, ne? Zum Grün? Grün habe ich genug, ja. Einen Arsch voll, aber ich will mal belegen. Oh ja, stimmt. War gar nicht so übel. Ja, ne? Und denn jetzt nur sechs? Egal, wie ich es gemacht hätte, hätte es ziehen müssen. Gut. Ich wollte es noch vermeiden. Na ja, komm, ne? Der kann es mal erzählen, dass er ihn verlängern kann mit seinen 18-Zahlen, du. Guck, ich bin mal so freundlich, ich gebe dir deine Karten, Nilo. Noch ein bisschen, komm. Letzte Zeit ziehen die Leute nicht mehr so viel rum. Acht. Acht an alle. Hm. Das ist ne runde Sache. Mhm. Mit zwei schönen Bäuchen. Warum gelb? Du weißt ja schon lalag. Ja, dann halt so. Dann halt so. Okay. Nee. Du hast nochmal gelb lalig. Wollte ich nur noch bloß daran erinnern. Es wäre echt schön, wenn du die Farbe nicht beibehältst. Ich piesche ab in den Karten. Ist ja auch gelb, oder? Kannst du probieren, ja. Auch schön. Bitteschön. Auch okay. Kann damit leben. Hör doch auf. Das bringt dir da nichts. Jetzt wollen sie alle die Garten. Wie toll sind sie denn jetzt? Das ist bloß rot. So, jetzt musst du ziehen. Du, Knallschub. Und doch nicht wenig. Kannst du ein bisschen ziehen. Die hat er eh. Und weil es so schön war, kannst du gleich nochmal ziehen. Nee, nochmal. Mhm. Zeit läuft. bei der kehlrot stehe ich gar nicht so wie kratten von rot haben machen die denn ist okay hat nun muss das dabei sein ja also normal schon na also aber muss das zusammen suchen sortiert sie doch am besten mal nicht wahr jetzt sorry kein problem damit ich brauche farbe im spiel wunderbar endlich wieder mal ein bisschen farbe regenbogen gibt mir schon auf die augen was willst du damit erreichen ich ziehe trotzdem weiter moment ja wollte ich jetzt gerade mal sagen dass damit er bescheid weiß und ich tausche da mal jetzt mit los kannst du es eigentlich gleich wieder tauschen oder nicht noch eine null dazwischen oder baust ein bisschen ab so 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 ist so 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 siehst du mal wie aussätze hatten ja noch da ist ja richtig ball aber da waren also einige drin farbe wunsch ja aus ist egal egal auch mensch kommt er wieder mit dem blöden rot an blau haben wir gesagt guckt die farbe muss liegen ansonsten machen wir grün genau grüne sauge komm mit sahn mit einem hässlichen rot wunderbar das läuft doch wunderbar hat ausser ohne ende na kätzchen hast du noch welche aussetzer setzt aus merkt das schon also ich bitte dich ja habe ich dich je belästigt so ein anus der kennt mir das gar nicht der auf karte ich habe da gerade festgestellt dass der pizza boven hat brennt gerade der ist gerade gar nicht anwesend ach jetzt doch schön erstmal fett gesammelt und dann kriege ich den ganzen scheiß den ich runter arbeiten muss jetzt sind ja auch die ganzen ausser draußen du bist mal einer doch dann machen wir es halt so hoch mhm boah ich sammeln wieder wieder bis für eng jemanden muss sehen bestimmt stimmt für mich du kriegst erstmal sowieso 4k weil ich so wenig hatte genau ne mein freund jetzt bist du was um 2 zu zählen ich möchte irgendwie mit gar keinem tauschen dann wachs nicht aber es sind so viele sieben ne hier guck mal ne man wird glücklich und was soll ich denn damit so hast du einmal geguckt ich bin zurück ok die haben mir gefallen die war gut ok ok richtig spielen richtig spielen die spielen ja das schon richtig nur so unter uns aha kommst du damit rote dir werde ich geben du wenn ich mal groß bin und irgendwann fertig mit ziehen komm hier tauschen mal die farbe das finde ich gut okay kann man denn rot hast du schön ach ist das schön ich mutze nicht los tut mir leid mlikum ja das ist ein du 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 jetzt hat er die ganzen 7 das hat jetzt interessant bestimmt tauschen das kann passieren ja so werden auf der farbe bleibt jetzt ich hätte es mal drauf angelegt hätte man mit dem mit dem trippert schon da getauscht sein können nach der letzten lieber aussetzen ich riskiere gefährlich na gut ist aber nicht warum nicht hemmung macht doch dass jemand abhauen das kann ich jetzt dafür es ist euer chaos partner ja dankeschön hat es doch blau gehabt ne achte doch nicht mehr leid was noch gibt da schade muss doch im bild super jetzt macht er gelb und jetzt will der andere schon wechseln kann er ja nicht gerade sonst steht aber auch war dann sammle ich noch ein bisschen jetzt hat er blau aber ich kenn's mehr warum grünen auch was das auch jetzt kommt dann mit geld wieder gefährlich war würde ich ich glaube da tauscht nicht gern mit dir ich bin ja ich bin ja schon schön ist ja gut gut jetzt habe ich neu zufolge gehabt das ist aber voll ungefähr er hat wohl ein arsch offen da würde ich auch mal hinkommen sowas hatten der gehabt ach so aufregend waren die karten jetzt auch nicht hat auch gleich mal zwei ziehen klar ich habe ja noch nicht genug her damit ich meine andere farbe ja es ist eine andere farbe möchtest du kriegst du das wünschte gelb ne gut machen wir gelb jetzt ist am grübeln warum gelb ja ja darum wechselt sowieso wahrscheinlich gleich wieder reicht doch 2 2 2 3 Oh So ist doch grün ohne sieben jetzt eine sieben keine neuen sieben sagte da kann ich da nichts machen da waren es eben aber eine blaue von grüne 7 na also geht doch ich hätte gerne gelb alles gut gut gelb so schnell kann sie es ändern ist die runde noch nicht zu ende das ist doch mal was feines jetzt komme ich wieder auf mein gelb ist doch wunderbar das ist schön die runde machen wir aber seit einer stunde erst ungefähr die eine runde ganz schnelle runde ja ach was ist denn das jetzt schon wieder blau ich will doch gelb da was kann ich denn dafür da bist du mit den wenigen taten das geht auch nicht die karten erzählt ja was ich um wenig karten aber da musst du dich drum kümmern ist dann eben dir ja was kann ich denn da ausrichten ich mag da nicht so einen nebenbuhler tut mir leid guck den an was er verzapft was macht der denn da erst rot jetzt grün was kann er sich nochmal entscheiden ich glaube er hat beides auf der hand er wählt jetzt aus 50-50 so können wir bei grün bleiben ja eine hätte ich da noch ist gut wo ganz abhaut gelb hat kein mensch aber lassen ziehen f42 es sind sie 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 sy fragen spielst du noch mit ich musste warten aber jetzt darf ich die richtung fand ich eigentlich schon nicht schlecht dankeschön also die richtung und dann haben wir gelb und jetzt nicht so toll müssen wir gleich ändern aber sowas von ich bin das eigentlich genau richtig das fand ich sohn wer da müssen wir gleich in die plus vier karte ziehen bis wir auf verdammt aber wir weg von gelb wunderbar hast du noch mehr blau aber klar und klar ist er gelb nicht klar ja jetzt wo ich kein geld mehr brauche das war mal eine herausforderung mit 24 stunden stream nur ein match ja finde ich gut dann mache ich mit dann gehe ich mal einen kaffee machen aber es fährt wieder kann man mit machen ich glaube das lied verfolgt mich noch die ganze woche ich glaube das lied verfolgt mich noch die ganze woche können wir mal das blöde rot weg machen grün wäre schön naja fast gut wir bleiben ja hier bitteschön grün für dich grün für dich danke aha gut mhm glücklich mit dem kackblatt hoffe ich aber wenn das hier noch länger dauert mache ich mir gleich frühstücken unglaublich so gewähr ich muss das ja komm ich bin meine so kriegst einen alten kartner wieder was so schön gesammelt ja ich hätte gerade gute karten gekriegt ja bitteschön jetzt habt ihr denn glatt in die karten gespielt schade war es na wieder schade kein glück heute pech im spiel glück in der liebe ok scheint wirklich so zu sein sind die karten so gut ne das ist das prinzip achso ich lass mich nicht einfach weg nehmen ich bin der wohl oh jetzt kommt der mit gelb find ich gut jetzt nicht euer ernst doch ich find das schon gut gelb finde ich schon gut nein kein rot so ist gut nein doch gelb ist doch rot hingeschmissen sei doch glücklich wie du sagst du kein urno wollte ich aber ich kam so schnell ich war zu langsam ich war schon müde du kannst auch wieder zwei ziehen wunderbar und du kannst noch mal zwei ziehen siehst du mir so arm aus mit deinen zwei karten da ach schön ach man wir werden das nie beenden ach doch jetzt gehen wir an die folgen jetzt starten wir durch zweieinhalb stunden und jetzt aber jetzt machen wir na so nett so wird das nix ich kann da nichts dafür wenn ich nur Müll habe ich zieh mal noch ein bisschen komm gib mal die rote 7 und dann wird alles gut naja auch fast gib mal was ordentliches hallo hallo danke so jetzt machen wir mal hier grün ne so wieder mal Zeit ja das finde ich auch also grün fand ich schon immer toll die karten weg naja ich habe es mir ausgebrochen ja kriegst ja gleich wieder die die liegen gut an der hand du weißt du das ist nicht so viel so wie bei ihm jetzt mit den 16 karten hat kein bock mehr tschüss 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 das gewinnt bestimmt nicht so blöde schnee da denkt sie auch nee das dauert nicht zu lang geht so was deine karten wieder habe ich da gesagt ne jetzt will ich die auch nicht mehr weil die eine karte jetzt abgelegt habe oder was kommt kriegst ja jetzt wieder die zwei karten hm warum denn rot so was hässliches die hat er kein rot mensch genau er hat er verstanden oder wenn es einmal zu blau hatte ich brauche keine viel lust gegeben hätte ich auch so auslegen können ja noch wir haben neuen mitspieler und bei mir lange er durchhält da geht es nicht lange geht schon wieder ja okay die karten waren noch nicht so geil jetzt ist er raus hätte drei karten noch gehabt so kann es gehen pech gehabt das bett ruft hallo lasst mich doch einfach gewinnen doch na deko na deko machst du denn da kommst du rein und wechselt leider richtung club du spinnst wohl wir haben uns in die richtung gewöhnt genau das mal aussetzen da oben er hat's verstanden immer das was ich nicht hab also schon kontern das ist doch aber natürlich gibt's da fragen nicht verzagen den folie fragen ja dass ich bis zum schluss aufgehoben zum mal ja gelb liegt übrigens ich wollte es nur noch mal sagen alles da ich kann alles bedienen ja fast jetzt gleich wieder blau ok haben wir doch was bist du ja maus das war wohl nicht da hätte eigentlich besser wissen müssen was er noch verkraten hat da hat keinen überblick mehr gehabt bei dem ganzen wechseln hier das war so gute kam und klaut die einfach selbst wobei dem ist gerade los der gläden bock auf mehr gekriegt na vielleicht lag an der ehrenwahl ja 19 na so rum ist blöd dann ziehe ich mal lieber nur das war ohne gut gelb hat es ja gesagt jetzt kann sich nicht entscheiden welche er nimmt aber scheint so war so klar doch du kannst du nicht verlängern okay dann machen wir es jetzt auch mal entscheidet sich bestimmt zurück die haben es wohl auf die jenny abgesehen so ein bisschen glaube ich zumindest sieht so aus ich bin da außen vor immer ich meine rei sehen dass es sich eine frau entdecken die gleich hat jetzt die zähne lang schön ach weißt du was dann machen wir doch mal so wie das alles was du schmeißt grün echt jetzt sieht so aus als wäre es ein bitterer ernst da hat er nicht mal grün wir müssen schon wieder gelb also jetzt wurde sagt blau da was dagegen ach guck an ach du auch damit man seine sind ja wir sind brüder im geist also rot so warum habt ihr eigentlich noch zwei karten was ist bei dir samstagabend so geplant ringelbeats mit anfassen ok das kannst du mal schön gut alleine machen phoenix schreibt dass das singt ja ich weiß ich habe es gelesen ich wollte es noch nicht so verantwortlich ich wollte es noch ein bisschen zappeln lassen aber gut jetzt warst du mir vorab gekommen ja es gibt noch zwei sagen entweder division oder borderlands so verantwortlich so verantwortlich die herrn so verantwortlich so verantwortlich aber man kann dieses gelb da eigentlich jetzt mal weg Nö, nö. Ich finde das eigentlich ganz... Das animiert mich gerade dieses Gelb. Oder Fallout 76 oder Dead Island. Ja, ohne Möglichkeit. Na endlich mal was anständiges. Grün, findest du anständig? Ja, solange ich einfach Hand habe. Jetzt finde ich das nicht mehr so geil. Gelb könnte mal wieder kommen. Wie wärst du mit Rot? Rot finde ich super, aber dass ich immer vier ziehen muss, ist natürlich blöd, aber jetzt habe ich meine 30 erreicht. Oh ne, dann hat der andere Rot. Es gibt's doch nicht. Ich bleib' heute bei Null. Leck mir am Arsch. Ende der Partie. Ja. Gut. Ich mach' Schuss. Ja, Rundchen, aber gut. Ne, das kleine Rundchen wird dann wieder zwei Stunden... Nein, nein, das hätten wir jetzt in fünf Minuten abgehandelt. Ja, ja, genau. Locker, locker. Ne, ne, ne. Gut. Dann gehen wir raus. Dann war's das für uns zwei Leute. Schön. Ja. Schön, dass du nochmal reingekommen bist. Fand ich sehr nice. Ja, danke, dass du mitspielen durfte. Ja, sehr gerne. Vielleicht da auch mal wieder im vierer Quarketet oder im dreier Quarketet. Mal gucken. Mhm. Demnächst wieder. Mal gucken. Also, bis dahin. Macht's dir gut. Ade. Tschööööp. Tschööö. Tschöööö. Tschöööö. Tjaöööö. Viel Bed rewards way. Hause Tout confirm mement. Una de嘴-Trahlt. über bouhland. Top tom现kot cabeça讲 hands und undo�� kann цеon. Vielen Dank.